Einen wunderschönen guten Abend. Für mich Abend, für euch Mittagfrühst, keine Ahnung, wenn ihr das guckt. Und zwar die Tinte, wenn man so will, auf meinen News, auf meinen Hardware News, sind noch nicht mal ganz trocken. Da kann ich euch schon die nächsten positiven Nachrichten berichten, die ich aber nicht als News machen werde. Das wird gleich wieder mal ein Video zum Haupt-Aug-Capture und zwar ein Fortsetzungsvideo, ein Update-Video, wegen Beta-Version. Diese Beta-Version ist noch nicht auf dem deutschen Markt verfügbar. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich sie mache, ist sie auf dem deutschen Markt nicht verfügbar. Also braucht gar nicht bei Haupt-Aug-Capture gucken. Also bei Haupt-Aug auf der Seite ist es nicht da. Auf dem deutschsprachigen Markt ist es nicht. Wann sie für den deutschsprachigen Markt kommt, ich weiß es nicht. Ich denke mal, mit Glück im Laufe der Woche, spätestens bis Mitte nächsten Monats, denke ich mal, dass sie für den deutschsprachigen Markt zur Verfügung steht. Und ja, und die nehmen wir uns gleich mal vor. Ich bin schon mal bei Aufnahme drin. Wir müssen mal, ich weiß nicht, was neu drin ist. Überhaupt nicht. Ich weiß nur eine Sache. Und die zweite Sache, die ich gerade sehe, PC-Audio. Wozu diese PC-Audio-Sache ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Müssten wir uns mal überraschen lassen. Es ist auch, wie gesagt, ich will jetzt nicht euch die Hardware erklären, wie es funktioniert. Ich zeige nur, was drin ist in dem neuen. Was mir so beim ersten Mal auffällt und wenn jetzt was Neues noch dazu gekommen ist, was mir später auffällt, wird es in einem Nachherreicht, Nachherliefert. Aber das muss ich euch erst mal zeigen, was ich hier schon gefunden habe. So, also hier seht ihr ja, es ist nicht großartig neu dazu gekommen, nur dieses PC-Audio. Also, ich habe da schon mal eine Testaufnahme gemacht, ihr habt, und habe irgendein Video im Hintergrund laufen lassen. Ja, was ich hier gedreht habe, ist nichts passiert. Also, da weiß ich nicht, wozu dieses PC-Audio jetzt ist. Ob man da jetzt Freunde mit drin holen kann oder so, ich habe keine Ahnung. Müssen wir uns überraschen lassen. Video, Video Encoding, ist alles so geblieben. Ist auch so geblieben. Ich habe hier schon ein bisschen eingestellt. Nicht wundern, bei euch sieht es dann anders aus. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier habe ich auch schon mal eine Zeitverzögerung wieder eingestellt. Hm. Also hier ist definitiv nichts neu. Die Zeitverzögerung haben wir ja sowieso schon. So, gucken wir mal bei Bearbeiten. Auch nichts. Hochladen auf YouTube. Kann man seine YouTube-Daten einnehmen. Gucken wir erstmal hinten. Bevor ich da was nach... Kein Video. Also so großartig. Hier sehe ich jetzt auch nichts Neues. So, und jetzt kommen wir. Wenn ihr da unten seht. YouTube. Und wo ist YouTube? Bei Thailand. Wo ich schon in den News-Kategorien gesagt habe, wo Hauptaugdeutschland mir nicht sagen konnte, warum das da steht. Es gibt es wirklich Streaming, aber nicht in der Vollversion, die wir haben, sondern erst in der Beta, die jetzt die Tage kommen wird oder Wochen kommen wird. Ich weiß nicht, wie lange die Beta braucht, bis sie nach Deutschland kommt. Ja, ebenfalls ist dort Streaming drin. Und ich habe gedacht, wir stellen das mal zusammen ein, damit ihr das mal schon so einen ersten Überblick habt. Weil, keine Ahnung, vorne PC, weiß ich nicht, was mit anzufangen ist. So ist nichts weiter neu drin. Und dann habe ich gedacht, das können wir auf jeden Fall mal machen. So. Weiß mal, muss ich mal in die Rädchen anspringen? Wenn er das macht. Ja, es kackt gerade ab, so wie es aussieht. Oder arbeitet. Nee, es arbeitet. So. Wenn es jetzt was machen würde, wäre es natürlich richtig glatt. Hm. Okay. Nee. Nicht. Doch. Was ist mit dir? Wann schließen? Ja. Müssen wir nochmal aufrufen. Es kann mal vorkommen, dass es sich aufhängt. Ich habe ja auch schnell geklickt. Teilen. Und dann gehen wir auf YouTube. Nee, nicht Hütsch. YouTube. Nicht Hütsch. YouTube. Wir gehen auf Login. Wir gehen da rauf. Und jetzt fragt er nach YouTube-Konten. Ich blende das natürlich dann aus. Ihr seht dann nicht meine YouTube-Konten. Oder beziehungsweise die Konten vom Team. Weil von uns hat ja jeder einen eigenen Kanal. Und wir arbeiten so ein bisschen uns zusammen und arbeiten uns so ein bisschen zu. Und zwar nehme ich dann auf jeden Fall meinen Gamershack Odin. Also Tutorial-Kanal. Und hier fragt er mich jetzt. YouTube-Konto verwenden. Hope or Capture Working Stream It. Und wir machen mal akzeptieren. Autorisierung for Hope or Capture. You can close your windows now. Also das heißt, wir sind jetzt wohl autorisiert. Und wir können das jetzt. Wir gucken uns das mal an. Und sagen jetzt einfach mal starten. Wenn er den Gerät mal starten würde. Oder wartet ihr zu viel für ihn? Wir gucken erst mal in den Einstellungen nach. Ob er jetzt diesen Livestream bei mir anhat oder nicht. Positivbewertung, Kanaleinstellungen und Live. Live ist bei mir immer noch aus. Live-Events. Nächste Live-Events. Video ansehen. Live-Events. Veranstaltung erstellen. Ah, ja, dann. Vorkasse. Starte kommen. Keine Ahnung. Also ich müsste jetzt, glaube ich, hier irgendwo sagen, dass ich das halt anhaben will. Free-Studio-Pro. Wir wollen natürlich die Free-Wörse haben, würde ich sagen. Nehmen wir mal Free. Achso, das ist nur zum Downloaden. Ich brauche doch ja keinen Player. Ich will doch ja keinen Player. Ich habe doch Google und ich habe doch YouTube. Kanal öffnen. So. Jetzt sage ich einfach mal Stream. Sie müssen Stream-Server eng... Ja, da will ich doch. Change-Login. Refresh-Item. Macht das aber was? Scheint nicht so. Ja, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass das da drin ist. Ich sage, ich will mit meinem Account. Und die App möchte akzeptieren. Jetzt muss ich mir das erst mal übersetzen. Na, der hier will. Kopieren. Ja, das ist halt das doof, wenn man kein Englisch kann. Aber es gibt Google-Übersetzer. Berechtigung für Haupt-Op-Capture. Die Anwendung hat Ihre Antwort erhalten. Sie können dieses Fenster nun schließen. Ja, habe ich doch gedacht, dass das das heißt. Okay. Dann sage ich einfach mal. Sie müssen Stream-Server einstellen. Erreichen, bevor... Einstellung einrichten, bevor Sie Anwendung stream starten. Okay. Habe ich doch. Oder nicht? Refresh. Ich habe da einen Stream-Server angemacht. Refresh. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Soll ich Ihnen? Geht nicht. So, wo haben wir denn Live-Events an? Wo haben wir denn Live-Events an? Das weiß ich doch nicht. Ich glaube, beim Freak auf dem Kanal ist Live-Stream. Akzeptieren. Wir können Konto jetzt schließen. Müssen wir das mal auf dem Freak sein machen. Mal gucken, ob es da geht. Sie müssen Stream-Server-Einstellung einrichten. Haben wir doch. Qualität ist. Eingestellt. So, warte mal so. So, Mikrofon. Mal gucken, mal bitte. So. Achso, Mikrofon. Muss man hier auch die Verzögerung wieder auf 200 stellen. Audio lassen wir so. Video lassen wir auch. Obwohl, 1080p machen wir auf 720p. Mal tüpfel mal an den Wechseln. 1080i lassen wir auf 1080i. Und 720p machen wir auf 720. Oder sagen wir mal 25. Sie müssen Streaming-Server-Einstellungen einrichten, bevor sie Anwendung des Streaming starten kann. Ja, wir sollen den Streaming-Server irgendwie einstellen. Ja, bei Twitch war damals einfach hier draufgeklickt. Glaubt in. Gucken wir mal nach, ob das geht. Gucken wir einfach mal nach. Und sagen jetzt einfach mal. Bumm. Also bei Twitch geht das, so wie es aussieht. Der ladet und er macht das. Wir kriegen das mit YouTube schon zum Laufen. Das schaffen wir schon irgendwie. Und wenn nicht, wisst ihr jetzt jedenfalls, dass es da ist. Das ist ja auch schon mal eine Menge wert, dass es da ist. MP4-Funktion für die, die es wissen wollen, ist definitiv nicht da. Habe ich schon geguckt. Da ist nichts zum Einstellen. Streaming-To. Ja, okay. Oh, ne, ja. So. Macht er auch was. Eigentlich habe ich hier dann immer so einen Link von Twitch gehabt. Start das Streaming. Müssen wir nochmal testen. Also eigentlich stand da oben auch so ein Link. Verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Nochmal testen. Hat er sich hier aufgehangen? Ne, der arbeitet. Der arbeitet. Der arbeitet. Der arbeitet ganz schön wild. So, machen wir nochmal so. 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 Starten wir jetzt einfach nochmal neu. Werde gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Wir gehen auf Teilen. Wir gehen auf Twitch. Ja, Twitch ist schon aktiviert. So. Und wir sagen mal starten. Gucken uns das erstmal an. Eigentlich. So on air. So. Das müssen wir jetzt warten, bis er was macht. Aber rein theoretisch mischt er denn hier eigentlich auch einen Link anzeigen. Also wo der hingestreamt wird. Den kann man anklicken oder kopieren und Freunden schicken und sagen, hey, guck mal da, ich spiele. Da ist er. Da ist er. Streaming to Twitch. Genau. Das ist mein Twitch-Account. Können wir auch nochmal gucken. 38 Leute haben schon geguckt. Okay. 38 Leute haben schon geguckt. 38 Leute haben schon geguckt. Oh. Mein Mikrofon ist auch. Ist ja klasse. 38 Leute haben schon geguckt. Ist ja schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal, wie die Mikrofon geht. So, ich muss mal einen Controller anmachen. Ist ja schlau. Also ich muss sagen, dafür. Das Extreme läuft bei mir eigentlich ganz flüssig. So, ich muss mal einen Controller. Ich muss mal hier Ton ausmachen. So, jetzt muss man gleich was machen. Mal gucken, ob er dann verpixelt drüber kommt. Ja, so ein bisschen hängen tut's. Aber für das, dass ich da so ein bisschen, dass ich nur so ein bisschen mache, muss ich echt sagen, die Qualität geht. Also sieht gut aus, dafür, dass ich da nur so ein bisschen mache. Also ich habe ja gerade mal 1 MB, wenn ich, warte, ich rüber streamen. Aber läuft jetzt definitiv, das Stream läuft bei mir definitiv jetzt flüssiger als vorher. Selbst mit meiner Bumsleitung hatte ich glaube, ich habe ja noch nicht viel. Ich habe ja nicht mal, also mittlerweile ein bisschen über 10.000, aber bin ich ja schon mal schwer begeistert. Weil da haben sich viele aufgeregt, dass jetzt im Hauptbau Capture die Streamsoftware nicht so schön ist. Und wie wenn man hier unten das normale Stream mitnimmt, dass jetzt hier im Hauptbau Capture sich mal aufgehangen hat. Oder keine Ahnung, irgendwie die Aufnahme war halt scheiße. So, Amsterdam, EU, London, 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 wir hatten da EU, Frankfurt, wir hatten da EU, Frankfurt, Germany, now. So, und jetzt sagen wir, Change, Login. Und ich sage, ich werde mit meinem Account, werde ich jetzt hier angeloggt sein. So, mehr erfahren Sie, Videos, die Playliste aufrufen und YouTube aktiviert aufrufen, verwenden. So, wir machen jetzt mal Akzeptieren. Er sagt, wir können diese hier deaktivieren. So, jetzt steht da unten YouTube drin. Aber ich bin nicht mit dem Server verbunden. Warum bin ich nicht mit dem Server verbunden? Ich weiß es nicht. Nochmal kann ich nicht machen, da sagt er ein gleicher Fehler. Ja, Leute, da kann ich, scheiße, kann ich wohl doch nicht helfen hier am Anfang einstellen. Aber ihr habt definitiv gesehen, dass es da ist. Ich werde hier nur rumfummeln. Denk ich mal, die halbe Nacht werde ich hier rumfummeln, bis ich das hingekriegt habe, dass das läuft. Und dann, sobald ich das hingekriegt habe, dass das läuft, werde ich auf jeden Fall da ein Update-Video zu bringen. Und euch berichten, wie man es einstellt. Also, das wird auf jeden Fall machen. Wir versuchen es jetzt nur einmal. Login. Jetzt nehmen wir mal, wir nehmen jetzt einfach mal den. Wir wollen jetzt akzeptieren. So, jetzt machen wir halt aus. Jetzt sagen wir hier, okay. Nee, will er nicht. Okay. Shit. Shit, shit, shit. Also, Leute, ihr könnt euch nicht helfen. Ja, man muss halt irgendwo diesen, diesen... Livestream unter Einstellungen, also Videomanager. Kontoeinstellungen, also Kanaleinstellungen. Und da haben wir hier unten den Livestream. Liveveranstaltung. Ich denke mal, das wird der sein. Damit, ja, da ist er. Damit kann man, kannst du Livestreaming durchführen. Dies ist bei deinem Konto derzeit leider nicht möglich. Weitere Informationen. Willkommen beim YouTube Livestream. Der Livestream-Partner, äh, hier findet, äh, 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 was? Beim Live, willkommen beim YouTube, Leitfaden für Livestream-Partner. Hier findest du Antwort auf häufige Fragenprobleme. Wir sind gerade dabei, Livestreaming für YouTube-Partner einzuführen. Und sofern diese Funktion für dich aktiviert ist, erscheint ein Werbenachricht auf deiner Kanalseite und der Tab Liveveranstaltung im Videomanager. Ja, okay, also scheint das wohl noch nicht zur Verfügung zu stehen. Scheiße, und ich mach hier rum wie bescheuert, da hätte ich das doch mal vorher lesen können. Ja, na gut. Lesen bildet. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann irgendwie demnächst mal aktivieren können. Gut, dann würde ich sagen, dann hat sich das, oder wir gucken mal, Live-Veranstaltungen, äh, gucken wir einfach mal. Google hilft ja meistens. YouTube-Partner-Live-Veranstaltungen, ja da haben wir ein Video. Das bringt uns eigentlich herzlich wenig. Wir brauchen halt hier Support Google. Kein Livestreaming in Deutschland. Aha, okay, warum nicht? Livestreaming in Deutschland, alles klar. Gut, also scheint mal wieder wegen unseren deutschen beschissenen Rechten, dass wir kein Livestreaming benutzen können. Also kann es wahrscheinlich sein, dass wir halt hier in Arsche kniffen sind, Leute. Ich werde mich da auf jeden Fall mal schlau machen und mal nachlesen. Ihr wisst jedenfalls, wo es ist und... Ich denke mal, es würde gehen, was ich nicht beschreiben will, wenn man sein YouTube-Konto auf ein anderes Land registriert. Beziehungsweise Zeit oder so einstellt. Man kann ja im Google-Konto immer noch sagen, im YouTube-Konto immer noch sagen, äh, äh, das war irgendwo bei Einstellungen, glaube ich, drinne, äh, dass man halt kein Deutscher ist. Man ist nicht in Deutschland. Man ist jetzt in Polen, Russland, äh, Amerika oder sonst wo. Das ist möglich. Äh, ob man das damit testen kann, weiß ich nicht, weil das weiß ich nicht mal, wo das ist genau. Ich weiß nur, dass diese, äh, äh, Funktion, dass es diese gibt. Äh, von daher werde ich das Video jetzt erstmal beenden. Wir haben endlich den YouTube-Livestream, so wie es aussieht, sind wir die Deutschen wieder in den Arsch gekniffen. Wir haben vorne halt da was neu dazu gekriegt, also mit diesem PC-Audio. Da müssen wir mal gucken, für was das steht. Äh, ich hab noch keine Ahnung, ich muss mal den Onkel quatschen, der hat eine Fest-Stream-PC und hat alles angeschlossen. Da muss der mal ein bisschen rumtesten, dass er mir mal sagen kann, ob das vielleicht was mit seinen PC-Boxen zu tun hat. Weil bei mir ist hier nichts passiert. Karte war drüber. Och, geil. Ich hatte glaube ein Headset auch an. Ich muss dann morgen ein bisschen rumfummeln. Also, sobald ich da neue Informationen habe, was das macht und was das nicht macht, oder wie man YouTube-Livestream aktivieren kann, sage ich euch Bescheid. Bis dahin wünscht der Odin euch eine gute Nacht. Bleibt mir gewogen. Ich hoffe, euch gefallen die Videos weiterhin. Und wenn ihr Kritiken oder Anregungen habt, einfach raus damit. Äh, ich bin dankbar dafür. Ich verabschiede mich so.